Es erstreckt sich über 1000 Quadratmeter, befindet sich an der Kommerzialstrasse 19 in Chur und ist gut mit dem ÖV und Auto erreichbar. Es hat drei Proberäume, ein Bistro mit Küche, ein Büro, ein Sitzungszimmer, eine Notenbibliothek und eine gemütliche Lounge. Das ist das Chor Center. Guardial Benbelli, Ben Benuto und herzlich willkommen. Dank grosszügigen Sponsoren und einem glücklichen Zufall konnten wir das Chor Center schon hochwertig einrichten. Graubünden hat so eine vielfältige und reichhaltige Chorkultur und diese Chorkultur soll hier im Chor Center zusammenkommen und weiter gemeinsam wachsen können. Das Chor Center ist auch ganz auf Bedürfnis von Chören ausgelegt mit einer spezifischen Infrastruktur. Und ganz wichtig, das Chor Center ist flexibel nutzbar, insbesondere auch während der Ferienzeiten. Ich fühle mich mega wohl darin und das ist mega cool. Zuerst mal, als wir hier reingekommen sind, haben wir nie gedacht, dass man so etwas Cooles da draus machen kann. Zuerst mal, als wir hier in der Ferienzeiten. Im Chor Center finde ich cool, dass ich auch neppter Probe mit meinen Kollegen gemütlich etwas essen kann oder einfach einen schönen Abend verbringen kann. Es ist unglaublich, ich bin begeistert, was ich darüber antreffe. Das Chor Center ist etwas einmaliges. Das Chor Center ist eine grossartige Idee, die sowohl als Inspirationsquelle für neue kreative Ideen dienen soll, als Drehscheibe für den Austausch zwischen den Chören und als Ort der Geselligkeit vor der Nacht der Probe. Das Chor Center ist einstehisches. Die Schor Center ist einstehisches. Das Chorzentrum in Chur wird zum Kraftort, zum Kompetenzzentrum für und für Chormusik. Die professionelle Erfahrung des Teams stellen wir den Chörern, die hier kommen, sehr gerne zur Verfügung. Es soll Austausch passieren, man soll sich kennenlernen und es soll ein grosses Miteinander geben. Wir freuen uns auf euch. Danke vielmals für das Vorbeinschauen. Seien Sie aber Sie, Arrivederci und bis bald. In Zürich wäre man froh, man hätte so etwas.